Adele und Rich Paul werden bald heiraten. Während ihres Konzerts in München kündigt die Hello-Sängerin die frohe Botschaft an. Nun tauchen immer mehr Details zu ihren Hochzeitsplänen auf. Ein Insider verrät, dass es wohl eine große Feier in Kalifornien geben wird, gefolgt von einer zweiten in England. Somit feiert die Britin sowohl in den USA als auch in ihrer Heimat. Bereits Ende Juli kursieren Gerüchte über eine Verlobung des Paares. Rich Paul soll Adele in ihrer Heimatstadt einen vierkarätigen Diamantring geschenkt haben. Am 9. August präsentiert Adele dann stolz ihren Verlobungsring vor ausverkauftem Publikum. Für Adele ist es nicht der erste Verlobungsring. 2011 verliebt sie sich in Seaman Konecki und heiratet ihn 2017, doch die Ehe endet 2019. Seit rund drei Jahren ist Adele nun mit ihrem jetzigen Verlobten Rich Paul zusammen. Die Fans dürfen also gespannt auf die bevorstehenden Hochzeiten sein.